Dieses Mal beim Ketzer-Podcast Nach diesem Missbrauch staatlicher Gelder kommen wir jetzt zum Missbrauch. Schade, ich hätte mir das doch besser zurechtlegen sollen. Nico, mach einfach weiter. Also, es geht um eine Metastudie, die von der Royal Melbourne Institute of Technology rausgebracht wurde. Also, die Autoren sind Professor Des Cahill und Dr. Peter Wilkinson. Das ist ein Professor für International Studies. Und das sind beides Priester gewesen, Ex-Priester, die aber 1970 vom Priesteramt zurückgetreten sind. Jedoch noch immer Praktizierende und wie das durchaus aus den Texten so ersichtlich ist, was sie so schreiben, sehr überzeugte Katholiken sind. Darf ich kurz fragen hier? Ja. Christian hatte ja gerade schon sich darüber lustig gemacht, dass die Kirche in Deutschland ihre eigenen Verfehlungen untersucht. Ist das das Beste, was Australien zu bieten hat? Ex-Priester, die immer noch praktizierende Katholiken sind, die das untersuchen? Oder weißt du, ob es auch eine staatliche Untersuchung gab? Also, es gab mehrere Untersuchungen und da gab es die Royal Commission of Untersuchung des Kindesmissbrauchs und die werden auch häufig zitiert. Wie gesagt, das ist eine Metastudie, die viele Untersuchungsberichte und Studien zusammenfasst. Und man kann denen jetzt nicht vorwerfen, dass die nicht sehr, sehr hart mit der Kirche ins Gericht ziehen, insbesondere auch was die Sexuallehre angeht. Und darauf werde ich noch zu sprechen kommen, woran man merkt, die sagen dann, das gesegnete Zölibat ist eine wunderbare Einrichtung, die uns viel gebracht hat. Aber, und so wie ich das verstanden habe, sind die dann zum Beispiel für ein freiwilliges Zölibat oder sind für einen Screening-Prozess, der sehr genau darauf achtet, dass da halt keine sexuellen Konflikte kommen. Also, gerade was die Sexualmoral und was vieles andere angeht, da gehen die sehr, sehr hart mit der Kirche ins Gericht und vor allem auch, dazu auch später noch mehr, mit dieser institutionellen Vertuschung, diesem Canon Law, also dem Kirchenrecht und so weiter. Da sehe ich jetzt überhaupt kein Problem drin, dass die jetzt irgendwie befangen sein könnten. Gut. Jetzt hier schon mal zusammengefasst, die sagen, das Zölibat selbst ist jetzt nicht Ursache der Missbrauchsfälle, aber die sehen darin einen Risikofaktor, nämlich eben über die nicht ausgelebte Sexualität. Zum Beispiel heißt es da, dass im Durchschnitt ungefähr, im Moment, 1 durch 15 Priester sind halt straffällig und das sind ungefähr, das müsste so 6,4 Prozent sein. Das ist schon ziemlich viel. Also, das hängt auch sehr davon ab, in welcher Region und in welchem Zusammenhang. Also, da gibt es ja die synodischen Priester, die halt in der Gemeinde sind und dann gibt es Ordenspriester und so und die haben halt alle unterschiedliche Statistiken und da wurden dann also auch einige Orden genannt. Ich glaube, die höchste Rate, also da ist die Rede von Offending Priests, also das müssen jetzt nicht notwendigerweise, das muss jetzt nicht ein schwerer Fall von Missbrauch sein, da war ein Orden, da war die Rate ungefähr ein Drittel. Dann ist es wohl auch noch so, also anhand der Fehlerbalken ist es schon ersichtlich, dass die Daten nur sehr unzureichend sind, dass also sehr wenige Priester die allermeisten Missbräuche verursachen. Die reden da von Serious Offender, wo mindestens 10 Opfer bekannt sind, die irgendwie 1 bis 6 Prozent der Täter ausmachen, die aber dann irgendwie für ungefähr 30 Prozent der Missbrauchsfälle verantwortlich sind. So, die sehen in dem Zölibat deswegen einen Risikofaktor, weil das halt zu einer sexuellen Unreife führt und zu einer, oft zu einer unterdrückten Homosexualität. Die haben halt festgestellt oder beziehungsweise die zitieren Studien, die das halt festgestellt haben, dass die straffällig gewordenen Priester und Mönche besonders verarmt und frustriert sind und die halt ihre Sexualität, ihre sexuelle Identität nicht gefunden haben und die Kinder stark verzerrt wahrnehmen. Das lässt sich gut dann halt anhand von Interviews belegen. Das sind natürlich dann Einzelfälle, die halt, also du kannst ja keine randomisierte Studie machen, so nach dem Motto hier, wir schreiben jetzt mal 1000 Priester an, sind sie ein verurteilter Straftäter oder so. Sondern da gab es dann halt eine Psychologin, die zum Beispiel so 15 straffällig gewordene Priester mit psychologischen Methoden halt interviewt. Darf ich nochmal einhacken, weil es ging jetzt um den Zölibat als möglichen Einflussfaktor. Aber es ist ja sehr leicht, sich das vorzustellen, nach dem Motto, ja unterdrückte Sexualität, das kann zu nichts Gutes führen. Aber lässt sich das auch irgendwie wissenschaftlich belegen, entweder der Wirkungszusammenhang oder dass es sich statistisch belegen lässt? Also wir müssen ja irgendwie gucken, ob Zölibatäre häufiger sexuell übergriffig werden als Leute, die viel Sex haben oder so. Ja, im Prinzip nicht. Das sagen die auch, dass es unglaublich schwer ist, solche Studien zu machen. Wie gesagt, du kannst das nicht doppelt verblinden, du kannst das nicht randomisieren. Du bist gezwungen, zu denen hinzugehen oder die anzuschreiben und dann kannst du bestenfalls hoffen, dass du bei denen, die auffällig geworden sind, also du kannst sie im Interview fragen halt, wie ist das mit deiner Sexualität und dann kannst du halt feststellen, dass sie die eigene Sexualität problematischer wahrnehmen und das ist wohl auch in den Studien, die die zitieren, geschehen. Ich bin allerdings jetzt mit diesen Studien nicht vertraut, da wird also nur ganz kurz drauf eingegangen. Die haben ungefähr, also Dutzend verschiedene Studien und Untersuchungsberichte werden da halt zitiert. Das ist wie gesagt eine Metastudie. Aber aus prinzipiellen Gründen kann man noch nicht einmal richtig eine Korrelation darstellen, weil dann bräuchtest du ja auch, also du müsstest für verschiedene Umstände kontrollieren und dann müsstest du eine Korrelation machen. Jemand, der so und so zölibatär ist, hat dieses und jenes höhere Risiko und das korreliert dann irgendwie. Das geht nicht. Es gibt nur eine katholische Kirche und die Priester sind jetzt zölibatär. Das ist von vornherein nicht möglich, so präzise da eine Kausation nachzuweisen. Trotzdem halte ich, was die halt so schreiben und anhand von vielen Zitaten und Einzelbeispielen, da werde ich auch noch ein bisschen drauf eingehen, ein paar Beispiele nennen, das für plausibel. Also die lehnen ab, das Zölibat als Ursache zu sehen, aber das ist halt ein Risikofaktor und das mit der Sexualität kommt dann halt zusätzlich dazu. Und wie gesagt, die Leugnungsmechanismen, die sind ja von anderen pädokriminellen Tätern bekannt. Deswegen wollte ich hier nur vorhin noch einhacken, weil es natürlich lieber hätte, wenn wir nicht so, das Problem ist ja immer, ja uns erscheint das plausibel, aber anderen Leuten erscheint es auch plausibel, sagen wir mal, dass gleichgeschlechtliche Elternpaare schlechtere Erzieher sind oder schlechte Voraussetzungen als ein heterosexuelles Paar, was man sich so vorstellen kann. Und deswegen wäre es mir halt lieber, wenn man das noch irgendwie bezahlen, untermauern könnte. Deswegen habe ich gefragt. Es ist natürlich aus den Gründen, die du hier sagst, schwierig. Ich hatte beispielsweise mal gelesen, das war diese amerikanische John-Jays-Studie, dass der Missbrauch, ich weiß nicht, wie die das gemessen haben, wohl ab den 60er Jahren zurückgeht. Und das wurde, meine ich, von denen selbst auf die stärkere sexuelle Freizügigkeit zurückgeführt, nach dem Motto, wenn der Priest dann eine Freundin haben kann und der Gemeinde ist das egal, dann kann er sich das sexuell ausleben oder meinetwegen heute auch ein Freund und braucht keine Kinder mehr zu vergewaltigen. Aber es könnte natürlich auch andere Gründe haben. Ja gut, dann kann ich das jetzt eben mal vorziehen. Also die meinen, also im sexuellen Missbrauch hat es immer gegeben. Das sieht man daran, dass halt die päpstlichen Enzyklikas und Budetins und so weiter das immer auch schon zur Sprache bringen. Und die gehen aber davon aus, dass es ein Anwachsen des Missbrauches nach dem Ersten Weltkrieg und vor allem auch nach dem Zweiten Weltkrieg gibt. Allein dadurch, dass die Priester mehr Zugriff auf Kinder haben, dadurch, dass sie zum Beispiel strukturell durch Mobilität und so, dass es da halt mehr von gibt und dann in den Wirren des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel. Und ein ganz besonderes Risikofaktor stellen halt Institutionen dar, wo Kinder halt besonders gefährdet sind, wie zum Beispiel Waisenheime. Das bedeutet, dass wenn da jetzt halt vermehrt Waisenheime sind, deswegen gibt es da zum Beispiel Unterschiede. Die gehen zum Beispiel davon aus, dass es in Italien und in Indien noch ganz besonders viel unaufgedeckten und unaufgeklärten Missbrauch gibt, der jetzt stattfindet, weil es da so viele Waisenheime gibt. Aber in vielen anderen Ländern hat das allein dadurch abgenommen, weil Waisenheime ja gar nicht mehr in dieser Form angewendet werden, sondern dass halt stattdessen halt Pflegeeltern, dass Waisenkinder eher zu Pflegeeltern kommen. So, das heißt, da ist also am Anfang ein Anstieg dadurch, dass die mehr, also das ist eine Erklärung, dass die mehr Zugriff haben, aber dann halt auch wieder ein Absinken. Und es mag ja auch durchaus sein, dass dann verschiedene Screening-Effekte dann durchaus einen positiven Effekt haben. So. Und was die halt sehr scharf kritisieren, ist, das ist eine Deutungsperspektive, die der Vatikan jetzt tatsächlich einnimmt, also die der Vatikan jetzt besonders in Rom einnimmt, dass die Homosexualität als solche Ursache für die Pädophilie ist. Da gibt es aber psychologisch gesehen überhaupt keinen Grund für. Homosexuelle sind jetzt per se eben nicht pädophiler als andere Leute. Die sehen eben da die unterdrückte Homosexualität eher einen Grund. Aber das ist eine Sache, die halt, die die stark kritisieren, dass das eben eine Rationalisierung ist. Also die haben beobachtet, dass Pädokriminelle besonders unsicher in der Sexualität sind und besonders wenig Kontakt zu Frauen haben. Also im Extremfall ist das halt so, dass sie dann zum Beispiel als Knabe schon bereits in einem Internat von Männern großgezogen worden sind und dann im Prinzip direkt dann Theologie studiert haben und ins Priesteramt gekommen sind und dann innerhalb von katholischen Einrichtungen sehr wenig Kontakt mit Frauen haben. Und das geht dann auch wieder in Richtung von sexuelle Unreife. Ja, das habe ich schon gesagt, dass halt in Irland und in Australien, vor allem in Irland damals, da halt besonders viele katholische Einrichtungen waren, wo halt viel Zugriff auf Kinder überhaupt möglich war. Und was ich auch noch nicht wusste, es gibt bestimmte Konkordate, die die Kirche geschlossen haben, die Priester per se erstmal vor juristischen Belangen schützt. In Deutschland jetzt aber nicht, ne? In Deutschland nicht. Aber in Kolumbien, glaube ich, sogar noch heute, in Spanien zum Beispiel unter Franco, da konnte kein Verfahren ohne Zustimmung des Bischofs gegen den Priester oder kein Verfahren gegen den Bischof ohne Zustimmung des Papstes aufgenommen werden. Also die waren im Prinzip immun. Deswegen, ja, Irland und Australien sind jetzt auch nochmal Beispiele für Länder, wo es wahrscheinlich überproportional viel Missbrauch gegeben hat, gerade weil die in diesen Zeiten besonders viele Waisenheime und andere Institutionen haben. Also in der Studie ist das halt ein langes, langes, langes Kapitel, wo es halt hauptsächlich um Institute gibt. Entschuldigung, das ist eine internationale Studie. Ich hatte jetzt gedacht, das wäre so eine australische Studie. Das ist beides. Also es ist zur Hälfte international. Und allerdings gibt es auch Kapitel, wo der Fokus stark auf Australien liegt. Und die setzen das aber alles in Beziehung und unter den Rationalisierungen. Also das sind ein paar faule Äpfel, die halt zunächst gekommen sind. Die Autoren gehen davon aus, dass das ein globales, universelles Phänomen ist. Das heißt... Keine Einzelfälle. Schon gar nicht Einzelfälle. Also das war ja, das ist ja schon im Prinzip die Widerlegung, dass nachdem einige Fälle bekannt wurden, dass die dann halt da sich noch rausreden konnten, ja, das sind ein paar faule Äpfel, die wir da haben. Aber dann kam halt immer mehr und immer mehr und immer mehr und überall. Man muss halt wirklich fürchten, dass in Ländern, wo das jetzt noch nicht an die Oberfläche geblubbert ist, dass das da auch tatsächlich jetzt in diesem Moment stattfindet. Man unternimmt der Vatikan da irgendwas. Also ich meine, jetzt ist die Studie wahrscheinlich relativ neu. Man müsste dann ja wirklich auch in allen anderen Ländern vom Vatikan verlangen, dass er hier mal schaut, wo gibt es viele Waisenhäuser, also praktisch, wo sind Kinder schutzlos und dann da mal nach dem Rechten zu sehen oder versuchen, irgendwelche Mechanismen in Gang zu setzen, dass da nicht zu Missbrauch kommt. Das läge ich dann auf die Hand, das leuchtet ja ein. Tja, das ist halt nicht so einfach. Das Problem ist halt die, und das ist auch ein, das sind glaube ich sogar zwei Kapitel, die systematische Vertuschung, die da stattfindet. Und das ist nämlich die Besonderheit der katholischen Kirche, dass die ein jahrtausendealtes juristisches System haben. Also man kann die Kirche auch durchaus als eine Art Monarchie sehen, mit dem Papst als Kaiser und wo die Bischöfe ziemlich autonome Fürsten eigentlich sind. Und wenn solche Sachen, solche Verfehlungen untersucht werden, dann gibt es da keine Gewaltenteilung. Das heißt, der Bischof ist gleichzeitig Ankläger und ist die Jurikative und Legislative in einem. Und das ist eben ein ganz besonderes Problem. Es gibt also viele Beispiele in dieser Studie, die genannt werden und die wir auch teilweise schon in dieser UNO-Studie gehabt haben, die auch genannt werden, wo es also ein Klima des Geheimen gibt. Und hier gibt es etwas, das war mir vorher nicht bekannt. Und zwar, dass Missbrauch nicht als Verbrechen an die Behörden gemeldet werden, sondern dass das als sündige Verfehlung intern abgewickelt wird. Das ist ein relativ neues Phänomen, ungefähr so 100 Jahre. Etwa ab 1907, also da ist das gefestigt worden, diese Praxis, durch entsprechende neu aufgelegte Kirchenrecht. Und zwar schreiben die halt, dass in früheren Jahrhunderten, da sind die jetzt nicht so genau, da war es halt typisch, dass solche Straftäter, also Mönche oder Priester, erst mal wurde denen der Kopf kahl rasiert und dann gab es halt ein internes Verfahren. Aber dann wurden nicht nur die Behörden benachrichtigt, sondern die wurden also auch ausgeliefert und die haben empfindliche Strafen gekriegt. Die haben da zwei Fallbeispiele, an die ich mich erinnere. Achso, ich muss dazu sagen, ich habe diese Studie nicht komplett durchgelesen. Die hat 380 Seiten. Ich habe vieles davon überflogen und habe mir die Zusammenfassung durchgelesen und also es kann sein, dass mir da noch einiges entgangen ist. Das ist also alles ziemlich monumental. Also die katholische Kirche klammert sich an jahrhundertealte Dogmen. Nur als es um die Verfolgung von Missbrauchstätern ging, da hat man sich dann mal schneller modernisiert? Sozusagen. Und zwar zum Schlechten hin. Also in früheren Jahrhunderten und die nennen da halt Beispiele, sind Priester übergeben worden und die sind hart bestraft worden. Die sind dann wirklich lebenslang in den Knast oder ins Zuchthaus oder was man da damals halt hatte gekommen und sind an den Pranger gestellt worden vorher. So. Und dann kam eben 1917 Code of Canaan Law, also Kirchenrecht. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Kirche also diese Praktik schon bereits abgeschafft. Und 1922 mit der Instruction Crimen Solicitationis wurde das also gestärkt. Und hier geht es vor allem um Verbrechen, wo Übergriffe während der Beichte oder wo die Beichte als Gelegenheit benutzt wurde von Priestern, um sich halt an Opfer heranzumachen. Aber das gilt im Prinzip universell, weil in irgendeiner Form ist die Beichte eigentlich da immer involviert. Da wurde also explizit gesagt, dass jede Art von Meldung an die zivilen Behörden ohne Ausnahme verboten ist. Und das war genau nämlich der Moment, wo die dann halt einen Katalog von Disziplinarmaßnahmen festgelegt haben. Und zum Beispiel, also various sanctions were available, but not a reduction to the lay state. Also mit anderen Worten, die konnten dann Priester mit Verfehlungen zumindest dem Kirchenrecht nach disziplinieren, aber noch nicht einmal laisieren oder die des Priesteramtes entheben. Und das wurde dann allerdings doch wieder in der 1962er Kirchenrechtsversion hinzugefügt. So, und hier nochmal diese besonders widerliche Verteidigungsstrategie, die wir ja öfter schon gehört haben, die sagen ja dann, ja, aber das Kirchenrecht ist eigentlich nicht das Problem. Das Kirchenrecht ist nicht richtig angewendet worden, weil so oft eben nicht diszipliniert wurden. Nun, der Witz ist, allein die Selbstwahrnehmung, ein Kirchenrecht zu haben, das im Zweifel sogar über dem weltlichen Recht steht, führt ja schon dazu, dass dieselben Leute, die ein Interesse daran haben, dass das schön vertuscht wird aus PR-Gründen, nicht diese Verfolgung halt durchziehen. Also die tun so, als wäre das Kirchenrecht einfach nur nicht richtig angewendet worden, aber das Kirchenrecht selbst ist das Problem. Und das geht so weit, da gab es zum Beispiel einen Priester, der hat, oder einen Bischof sogar, der hat sowas geschrieben, nachdem also da viele Forderungen gekommen sind, dass sie doch gefälligst die Behörden zu informieren haben, ja, das ist eine Form von intellektuellem Terrorismus. Und da haben zum Beispiel in Boston, nachdem dieser Missbrauchsskandal da aufgearbeitet wurde, da haben sich einige Priester und Bischöfe zusammengefunden und haben einen Vorschlag gemacht und haben den an den Vatikan geschickt, dass man doch jetzt ins Kirchenrecht verbindlich einfügen sollte, dass Zivilbehörden auf jeden Fall zu informieren sind. Und das ist halt einfach nicht weitergeführt worden, das ist nicht bearbeitet worden. Naja, die Kirche sagt ja immer, dass die Opfer das oft gar nicht wollen, wobei die Opfer dann oft sagen, oder die Betroffenen, dass die Kirche ihnen das sozusagen schmackhaft macht oder ihnen sie dann so Erklärungen unterschreiben lässt, wo das drinsteht. Also erstmal haben in den meisten Ländern die Opfer auch sowieso die Möglichkeit, das Verfahren abzuwenden. Und das andere ist, die nennen Fallbeispiele in Frankreich, da hat zum Beispiel ein Priester eine Bewährungsstrafe dafür gekriegt, dass der irgendwie in so einem Missbrauchsfall die Aussage verweigert hat. Und dem drohte also jetzt wirklich eine handfeste Gefängnisstrafe. Und der ist aber dann vom Bischof, glaube ich, und ich weiß jetzt nicht, ob auch vom Papst ermuntert worden, dass er doch ein Märtyrer wäre, wenn er sich sozusagen gegen die Behörden stellt. Also da ist immer noch das Selbstverständnis, dass die Gottes Recht praktisch gepachtet haben und dass das weltliche Recht irrelevanter ist. Also die haben ja jetzt, weiß ich nicht, 1962 auch, nee, Moment, jetzt weiß ich nicht genau, in welchem Jahr das war, da haben die ja die Charta der Menschenrechte unterschrieben, also der Vatikan, und auch die Erklärungen zu den Kinderrechten, das haben die da ratifiziert. Aber da sind tatsächlich ein paar dahergekommen und haben sowas gesagt wie, ja, für die Kinder, die auf dem Vatikan leben, gilt das auch. Das andere sind ja jetzt irgendwelche anderen Priester, mit denen wir nichts zu tun haben. Damit wieseln die sich dann halt raus. Und da gibt es jetzt durchaus konservative Kräfte, die das anders sehen. Einen Namen habe ich da jetzt vergessen, aber der hat zum Beispiel mit dem Ratzinger zusammen so ein Essay veröffentlicht. Ja, wir sehen das kritisch mit den Menschenrechten. Die haben früher halt die Argumentation gehabt, jemand, der Ketzer oder so, für die gilt das nicht. Wer in dieser Weise gefehlt hat, wer sich gegen Gottes Gesetz gewendet hat, der hat auch keine Rechte. Warum auch? Das heißt, die haben zwar ein Lippenbekenntnis gegeben und haben das ratifiziert, aber längst nicht alle sind der Meinung, dass man sich daran halten sollte. Sogenannte Mentalreservationen. Wir denken uns was dabei, was wir aber nicht sagen. Und hier muss ich eine kleine Korrektur einsprechen. Es geht bei diesem Menschen um Marcelo Pera, einem italienischen Philosophie-Professor und Senator. Der hat in der Tat mit Ratzinger etwas veröffentlicht, aber keinesfalls ein Essay gegen die Menschenrechte, sondern der hat etwas anderes mit Ratzinger veröffentlicht und viel später alleine gegen Menschenrechte. Es ist also keineswegs so, dass Ratzinger mit dem zusammen etwas gegen Menschenrechte veröffentlicht hat. Und im Nachhinein kommt mir das doch eher als ein schwaches Argument vor. Es geht den Autoren der Studie darum zu zeigen, dass es da eine Nähe zu höheren Kreisen gibt. Und da folgt dann der Absatz auf Seite 281 in dem Bericht. Das halte ich deswegen für ein nicht so gutes Argument, weil Ratzinger selbst muss das ja nicht gewusst haben. Oder es könnte sein, dass dieser Marcelo Pera sich später irgendwie radikalisiert hat. Ratzinger selbst kann nicht Verantwortung übernehmen für jeden, mit dem der was veröffentlicht. Dies sozusagen jetzt als nachträgliche Fehlerkorrektur. Es werden sehr viele Beispiele genannt, wo ganz offen Bischöfe und jetzt die entsprechenden Päpste genaue, explizite, natürlich hochgeheime Anweisungen geben, auf keinen Fall, unter keinen Umständen den Behörden irgendwas an Informationen zu geben. So, das ist eine Besonderheit der katholischen Kirche. Da gibt es also zwei lange, lange Kapitel zu in diesem Report. Das war auch zum Beispiel in den Boston so, dass die dann, die haben teilweise dann Dokumente entweder vernichtet oder halt in der Botschaft untergebracht, die dann halt immun ist. Das hatte ich auch mal gelesen. Und zwar sind die aufgefordert worden von dem Botschafter, von dem Nunzius, das zu machen. Ihr konntet eure Akten hier bei uns in der Botschaft einlagern und dann kommt die Polizei da nicht ran. Ja, also das ist tatsächlich eine definierte, ältere und explizite Anweisung, dass die Bischöfe da so einen geheimen Ort einzurichten haben, der verschlossen ist, wo halt geheime Archive sind. Und es kommt noch hinzu, dass dann bei diesen Fällen und bei den Archiven häufig Euphemismen und komische Wortwahl verwendet wird, sodass das gar nicht klar ist. Reden die da jetzt von Missbrauch? Hat sich Jugendlichen genähert, heißt es dann zum Beispiel. Ach so, ja, Probleme mit Distanz und Nähe, ne? Ja, ja, genau. Also da ist ein langer historischer Abriss in dieser Studie. Und das ist eben das Problem, gerade weil Akten so oft vernichtet wurden oder Euphemismen benutzt wurden, es ist kaum möglich, den Missbrauch in früheren Zeiten halt da irgendwie abzuschätzen, wie oft das der Fall war. Es gibt ja dann auch noch dieses päpstliche Geheimnis und der Trick ist der, also ich habe mich ja 2010 mal mit diesem Kirchenrecht beschäftigt und das Kirchenrecht, das ist ja jetzt für, sagen wir mal, für die Kirche vernünftig ausgelegt und, sagen wir mal, da steht jetzt nicht absichtlich drin, ja, ja, da sind irgendwelche Schupflöcher oder das, so kann man vertuschen. Aber der Bischof muss halt, wenn es zum Verdacht kommt oder einer Beschuldigung, da muss der Bischof selber nachforschen oder er sagt halt einem, der soll nachforschen. Das muss alles im Geheimen erfolgen, damit jetzt der Ruf des Beschuldigten, vielleicht ist der ja gar nicht schuldig, damit der nicht beschädigt wird. Okay, kann man so sehen, ne? Aber diese ganzen, sagen wir mal, Zeugenaussagen, die die einnehmen bei ihren Untersuchungen, da müssen die Beteiligten, das sind ja in der üblicher Weise Katholiken, also, sagen wir mal, speziell die Opfer oder deren Familien, die müssen dann so einen päpstlichen Eid schwören, dass die niemanden anders davon erzählen. Das heißt, das wurde auch teilweise schon thematisiert damals in diesem Missbrauchsenthüllung. Das heißt, die mussten dann praktisch schwören, dass die keinem anderen davon erzählen, von diesen Sachen. Das heißt, du konntest quasi durch diese, wenn du das so gedreht hast, konnte der Bischof durch seine eigene Nachforschung die zum Schweigen verpflichten. Und wenn du dann Katholiken hast, die halt diesen päpstlichen Eid geschworen haben, dann wird das schon seine Wirkung gezeigt haben. Ja, und auf der anderen Seite, das ist dann hier noch der nächste Punkt auf meiner Liste, also die Beichte ist dann ein zentraler Punkt. Die hat Papst Pius X. 1910 auf sieben Jahre herabgesetzt. Das ist einmal für dieses Grooming sehr gefährlich, weil die halt da schon dann die Möglichkeit haben, die Kinder sozusagen als geeignete Opfer auszuwählen. Die andere Sache ist aber, dass natürlich dann dadurch, dass die sich immer zurückziehen können, ja, habe ich in der Beichte gehört, kann ich nicht drüber sprechen. Also du hast da sozusagen auf Priesterseite dann immer die Möglichkeit, Verschwiegenheit deswegen damit zu rechtfertigen. Und es gibt noch einen sehr diabolischen Mechanismus der Schuld, dass nämlich unter diesen Rationalisierungen, die ich genannt habe, ja, das ist doch Gottes Wille und Gott hätte mich doch bestraft und wie kann Gott die Situation geschaffen haben. Also die benutzen als Rationalisierung, also die Täter jetzt in diesen Interviews, benutzen als Rationalisierung durchaus, da halt, dass Gott das schon hätte anders machen können. Und die Beichte ist dann halt ein zentraler Punkt, wo die die Gewissensbisse sozusagen damit mindern können, weil die das halt einfach beichten. So, und das ist nämlich der nächste Punkt oder eigentlich der zentrale Punkt. Die sehen Kindesmissbrauch nicht als Verbrechen, das man Behörden meldet, sondern als sündige Verfehlung mit internen Konsequenzen. Also nicht alle, aber das ist so eine typische Sichtweise. Und da ist mir das nochmal klar geworden, bei den, zum Thema Masturbation, Naturrecht und so weiter. Da ist tatsächlich ein längerer Abschnitt, der nennt sich in dem Eft Terror der Masturbation. Und Masturbation wird als ganz, ganz übel angesehen. Da ist also ein Fallbeispiel von einem Priester, der sich dann da Stacheldraht um den Penis wickelt und seine Hand verbrennt und wirklich unglaublich ekelhaft. Also es wäre komisch, wenn es nicht so ekelhaft und so tragisch wäre, weil der halt nicht damit klarkommt, weil der nicht zu masturbieren aufhören kann. Also nicht in dem Sinne, dass der fortwärts masturbiert, sondern ich weiß jetzt nicht, in welcher Frequenz, dass der halt ab und zu dem nicht widerstehen kann, wo wir halt sagen würden, meine Güte, das ist halt ein völliger, das ist nicht nur normal zu masturbieren, und es ist wahrscheinlich sogar schädlich, nicht zu masturbieren, wenn man das Bedürfnis hat. Spektrum der Wissenschaft hat berichtet, dass Masturbation im Postatakrebs vorbeugt. Ich glaube, Ejakulation, Christian. Wie, auf welche Weise die Ejakulation angestoßen wird, ist, glaube ich, egal. Ja, du musst 21 Mal ejakulieren im Monat oder so. Also es geht hier um Wissenschaft. Wir reden ja später nochmal um Wissenschaft. Ja, und mit diesem Naturrecht, da fand ich das schon unglaublich gruselig, wichtig ist, es gibt zwei verschiedene moralische, nee, tödliche Sinten, die unterschiedlich schlimm sind. Und zwar, man kann Unzucht treiben gegen die Natur und Unzucht treiben für die Natur. Gegen die Natur ist auf jeden Fall viel schlimmer. Gegen die Natur sind sexuelle Handlungen, die prinzipbedingt nicht zu einer Erzeugung von Leben führen können. Während mit der Natur Unzucht zu treiben, was weniger schlimm ist, hat zumindest das Potenzial, Leben zu zeugen. Also Ehebruch ist weniger schlimm als Masturbation? Ehebruch ist weniger schlimm als Masturbation, weil du prinzipiell damit leben zeugen kannst. Eine Vergewaltigung durchführen mit Kondom ist viel schlimmer, als eine Vergewaltigung durchzuführen ohne Kondom. Ach du Scheiße. Die haben da ein Fallbeispiel. Das ist nicht witzig, mein Freund. Die haben ein Fallbeispiel. Nein, ich habe gerade überlegt, wenn ich jetzt auf die Unterwäsche meiner Frau onaniere, ob das dann weniger schlimm ist aus katholischer Sicht. Die haben ein Fallbeispiel von einer Frau, die vergewaltigt wird und dann auch verletzt wird und dann auch stirbt, aber dem Täter dann noch verzeiht, weil sie dann vielleicht noch im Himmel ein Kind kriegt und mit dem dann auch heiraten würde. Ich kriege die Details nicht mehr zusammen. Aber du musst dir das überlegen. Für die ist einvernehmlicher homosexueller Geschlechtsverkehr oder was das angeht, einvernehmlicher Geschlechtsverkehr mit Kondom schlimmer als inzestuelle Vergewaltigung eines minderjährigen Mädchens ohne Kondom, weil du bei der inzestuellen Vergewaltigung immerhin die Möglichkeit hast, Leben zu zeugen. So hart ist das. Und Masturbation ist viel schlimmer, oder was heißt viel schlimmer? Das ist wider der Natur eine Sünde, wie wenn du jetzt zum Beispiel ohne Kondom deine Tochter vergewaltigst. Ist jetzt klar geworden, was das für ein himmelschreiend verrückter Scheiß ist, die sich da ausgedacht haben. Und wie gesagt, dafür gibt es Fallbeispiele. Ich gehe davon aus, dass nur wirklich dann jetzt heutzutage eine winzige Minderheit von Priestern das wirklich glaubt. Aber wenn man das Ganze knallhart aufzieht, dann kommst du... Und jetzt wird auch beispielsweise verständlich, warum Ratzinger oder Benedikt dann sagt, ja, klar, männliche Prostituierte, die jetzt Aids haben, sollen Kondome verwenden, weil an der Stelle ist das sowieso schon eine Unzucht wider der Natur. Da kommt es jetzt aufs Kondom nicht mehr an. Aber jetzt wird dir plötzlich klar, warum die so unglaublich gegen Verhütungsmittel sind. Und wie gesagt, da ist ein Fallbericht von so einem Priester, der sich da, ach so, der sich dann natürlich da Opus Dei-mäßig mit einer neunschwänzigen Katze züchtigt und sich da die Haut aufschlägt, um so um den Verlockungen der Masturbation zu entgehen. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Also das lässt sich jetzt noch nicht mal sagen, ob das jetzt beispielsweise Ursache für Pädokriminalität ist. Sie können halt nur feststellen, dass Pädokriminelle besonders offensichtlich Schwierigkeiten mit solchen Sachen haben in den Interviews. Aber das jetzt mal als Beispiel, wie krank dieser Scheiß eigentlich ist. Und das wird also auch mehrfach erwähnt, diese Enzyklika, wie hieß die noch? Einmal, die dann von Johannes Paul verschärft wurde, diese Pillen-Enzyklika. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Papst das war. Das wird also auch scharf kritisiert. Da hat es damals tatsächlich eine Expertenkommission gegeben, wo auch verheiratete Ehepaare zum Beispiel bei waren, die sich dann für die Pille, für Verhütungsmittel usw. ausgesprochen haben. Aber genau aus solchen moraltheologischen Gründen haben die das halt dann abgelehnt. Ich denke, jetzt wird auch deutlicher, wie das kommt, dass die so unglaublich verschroben, verdrehte, verzerrte Prioritäten haben. Ich wollte noch ein paar Rationalisierungen hier, die die dann nennen. Also Bad Apples hatten wir schon, Homosexualität hatten wir auch schon. Also nach dem Motto, Homosexualität ist als solche, wird immer noch im Vatikan vertreten. Und dann kam natürlich auch noch nicht schlimmer als die anderen. Also mit anderen Worten, Missbrauch passiert ja überall auch. Das ist eigentlich auch widerlegt. Also es gibt sicherlich Religionsgemeinschaften, wo das schlimmer ist. Die nennen zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Das habe ich auch nicht gewusst. Wenn du da jemanden des Missbrauchs bezichtigen willst, brauchst du zwei Zeugen. Da kannst du dir schon mal überlegen, wie wahrscheinlich das ist, dass du für den Missbrauch zwei Zeugen hast. Und dann gibt es auch noch die Behauptung, dass das Problem halt gelöst ist und unter Kontrolle ist. Und das ist widerlegt dadurch, dass es ja weitergeht. Also es kommen ja immer neue Entdeckungen. Und dann wird behauptet, da sagen die Autoren, da ist was dran, dass es eine Lernkurve gibt. Also die haben mittlerweile, sind besser da drin geworden, problematisches Verhalten zum Beispiel beim Priesterseminar oder so zu detektieren oder ein psychologisches Screening zu betreiben. Da ist allerdings auch wieder zu sagen, in Diözesen, wo es zum Beispiel großen Priestermangel gibt, da hat es Fälle gegeben, wo andere Priester, den Priesteranwärter, über Priesteranwärter gesagt haben, nee, Leute, den können wir nicht weihen, weil wir vermuten, dass es da irgendwelche Zwischenfälle gegeben hat oder weiß der Geier was. Und die Bischöfe haben sich dann oft wegen Priestermangel über solche dringenden Empfehlungen hinweggesetzt. Und es ist also dann durchaus auch möglich, dann einfach zu einer anderen Diözese zu gehen oder zu einer anderen Einrichtung und die Priesterweihe halt woanders zu bekommen. Also wenn schon, ich glaube, ich werde jetzt natürlich nichts falsch sagen, aber ich meine Kardinal Müller, der hatte doch diesen Fall da in Rieckhofen oder verwechsel ich das jetzt was? Und ich meine, Müller hätte auch ausdrücklich mit dem Priestermangel argumentiert, also er gesagt hat, er kann den dann nicht aus dem Dienst sozusagen nehmen. Und wenn das schon bei bekannten Tätern, wenn die schon nicht aus dem Dienst gezogen werden, dann ist es natürlich absolut logisch, dass dann bei Anwärtern, wo man das vielleicht gar nicht weiß, erst recht nicht sozusagen die Notbremse gezogen wird, gerade angesichts des Priestermangels. Ich habe das auch mal von jemandem gehört, der mit jemandem gesprochen hat, der dafür die, für diesen Priesternachwuchs zuständig ist, der auch sagte, also die Leute sind unreif, die da kommen. Ja, also für die Unreife, da haben die halt viele Beispiele und zitieren viele Studien. Also im Prinzip ist ja auch diese katholische Lehre, wenn du keinen außerehelichen Sex haben kannst und du darfst nicht onanieren, dann kannst du ja eigentlich, du hattest das vorhin gesagt, sexuelle Unreife sei da irgendwie so eine Triebfeder. Das wird ja dann praktisch so genauso eingestiehlt in der katholischen Kirche. Ja, sexuelle und gefühlsmäßige, wie würde man das übersetzen, deprivation, also Entzug von sexueller Zuwendung und Entzug von Gefühlsregungen und so weiter. Also wie gesagt, bei der Lernkurve, was halt gesagt wird, dass die jetzt mittlerweile besser werden, da stimmen die denen teilweise zu, aber es gibt da halt immer noch Probleme. Aber ich denke, der Hauptgrund ist auch wirklich, abgesehen von dieser Sexualmoral, die immer wieder genannt wird, ist halt diese institutionelle Verschwiegenheit, wo die halt viele Berichte haben, wo er halt zu explizit aufgefordert wurde, Verschwiegen zu sein. Und natürlich, wenn die ihren eigenen Kram selber untersuchen, dann neigen die extrem stark dazu, immer die positivsten Berichte oder die positivsten Gutachten heranzuziehen und dann entgeht denen das natürlich. Also von der Lernkurve habe ich ja vorhin schon was gesagt. Wenn nach dem Missbrauchsskandal 2010, 2011 noch dieser pädophile Salzgitterpriester mit seinen Opfern in Urlaub alleine fahren konnte und nachdem dieser Fall publik wurde, im Bistum, in Ackermanns Bistum Trier immer noch Priester alleine mit Jugendlichen in Urlaub fahren können, dann habe ich wenig Vertrauen in diese Lernkurve. Und wenn dann wieder wie üblich, nur da, wo es nicht anders geht, aber sicher nicht aus eigenem Antrieb insgesamt zu sehen. Ich will nicht allen Bischöfen oder Priestern oder Katholiken absprechen, dass es auch welche gibt, die ernsthafte Anstrengungen unternehmen. Aber die katholische Kirche ist halt eine große Organisation und was ich da an Verhaltensmustern wahrnehme, deutet nicht auf eine schnelle Lernkurve hin, außer da, wo es in die falsche Richtung geht. Also hier, Nico, was du vorhin sagtest, wo sie dann die Priester praktisch da dem Staat entzogen haben, die Missbrauchstäter. Oder auch, weil du gerade davon sprachst, ich habe das mal irgendwann gelesen, diese Pille, die kam, glaube ich, 1908 oder irgendwie in den 60er Jahren auf den Markt. Die katholische Kirche hat unglaublich schnell darauf reagiert und dann diese Pillen-Enzyklika rausgelassen. Ich weiß nicht mehr, ob das noch, ich glaube, das war noch im gleichen Jahr, wo die Pille auf den Markt kommt. Und im sexuellen Bereich, jetzt ist der Missbrauchsskandal schon sieben Jahre her und wir haben immer noch nicht Ackermanns Auswertungsstudie und allgemein ist die katholische Kirche da noch nicht sehr weit. Aber wenn es um andere Themen geht, dann sind sie immer schnell dabei. Unliebige Priester oder Dozenten, die Lehrerlaubnis zu entziehen. Wenn einmal, ich glaube, der Hasenhüttl hieß der Mensch, so ein gemeinsames Abendmahl mit Protestanten machst, kriegst du gleich da, ich weiß nicht mehr, was sie mit dem gemacht haben. Der wurde jedenfalls sanktioniert. Pille kommt raus, es kommt sofort eine Enzyklika und Priester missbrauchen Kinder. Also Lernkurve, glaube ich, erst, wenn ich die sehe. Also unter dem Link ist auch noch ein Podcast, wo die beiden, der Professor und der Doktor, die die Forschung gemacht haben, da interviewt werden. Da kann man auch mal reinhören. So, das ist, glaube ich, schon alles. Also das Ding ist halt lang. Das ist jetzt praktisch nur angekratzt. Ja, vielen Dank, Nico. Die katholische Kirche hat ein grundlegendes Problem, dass sie jetzt noch nicht so leicht loskriegt. Also das ist eine größere Baustelle für die. Und da werden wir leider noch mehr hören, so wie es aussieht. Irgendwann wird mal gefragt, was habt ihr gemacht gegen Missbräuche? Ihr habt das doch gewusst und so weiter. Was ist da passiert und so weiter? Also diese typische Frage, was habt ihr dagegen unternommen? Ihr habt doch gesehen, dass da was ist. Ihr habt doch gesehen, dass der Staat nicht aufarbeitet und so weiter. Wir sind doch in der moralischen Pflicht da, denen auf den Zahn zu fühlen und denen zu sagen, hier, so geht das nicht. Ihr könnt das nicht machen. Allein das, was da für psychische Schäden dann gemacht werden, sich dann durchziehen. Und dass die Politiker da wegen den Interessen der Wiederwahl, dass sie sagen, oh, die können den Katholiken jetzt nicht wehtun und so weiter, dass sie dann einfach das gut sein lassen. Oh, die machen schon das Ganze. Das ist der eigentliche Skandal, dass da das Gemeinwohl einfach und das Wohl der Kinder da einfach geopfert wird. Naja, die katholische Kirche hat natürlich ein Incentive, sich darum zu kümmern. Ich hatte doch bei einem der letzten Podcasts mal geguckt mit diesem Internat da, Ettal, Kloster Ettal. Das wird ja jetzt wohl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zumachen, weil da keine oder nicht mehr genug Anmeldungen sind. Und die Kirche ist natürlich darauf angewiesen, dass sie Zugriff auf die Jugend hat. Und von daher hätten sie irgendwie doch ein Incentive, zumindest ganz stark mal den Eindruck zu erwecken, dass da nichts mehr anbrennen kann. Gut, Ackermann erweckt diesen Eindruck jetzt für meine Begriffe nicht. Aber sie dürfen es wohl auch nicht zu übel treiben lassen. Das Dumme ist nicht, was heißt das Dumme? Es ist ja eigentlich schön, wenn die Zahl der Fälle nicht so groß ist. Wahrscheinlich, das ist ja so eine typische Auffassung von Gläubigen, die interessieren sich immer nur dafür, wie es ihnen selber geht und nicht wie es anderen geht. Wenn du selber Krebs kriegst, oh, dann zweifelst du an Gott. Wenn jetzt jemand anders Krebs kriegt oder es haben halt Leute Krebs, das ist irgendwie egal. Und von daher fürchte ich, dass dann auch so lange in der eigenen Einrichtung, wo das eigene Kind ist, kein konkreter Missbrauch bekannt wird, die sich nicht weiter darum kümmern werden. Ja. Gut, ja, ganz herzlichen Dank an Nico, dass du dich da so eingehend mit beschäftigt hast, auch vorab und alles schön vorbereitet hast. Sehr schön, sehr schön. Gut, also, Christian, dann kommen wir zu deinem Segment. Alle Blasen sind auch ausreichend leer. Liebe Ketzer-Gemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.